Herzlich Willkommen bei Gameplay Deluxe, hier ist wieder euer Zocker Andi, wir spielen heute Northern Tale 4. Willkommen im Level 33, wir knauen uns gleich die Ressourcen hier und wir gucken auch in die Ressourcen wie er in den zweiten Weggegner, ich glaube das ist nötig, dazu brauchen wir noch mal Holz, so was haben wir hier, Zeit anhalten, sehr gut, sehr nützlich, nehmen wir, hier haben wir Haus des Kiemenmenschen und Werkstatt, Werkstatt ist wichtiger, weil da kriegen wir Holz, und wir gucken immer into it, so wir haben genug, können wir die Werkstatt machen, dass man heute springen regelmäßig hier haben wir noch ressourcen was ist mit dir ein welts den tod und polypen soll man weg hier hätten wir eine farm auch wichtig wir kriegen wir wieder ressourcen so soweit läuft es ganz rund wir müssen darüber weil hier ist holz 12 da kriege neun gut das ist eine win-win situation würde ich sagen wir bauen das hier aus dann kriegen wir mehr holz das muss auf jeden fall weg hier weil dahinter ist holz das heißt ich brauche jetzt eine kleine anzahl holz und das dali gibt mir das holz da gibt mir das da und dann weg mit dem scheiß hier genau so jetzt holz abbauen jungs holz abbauen der nächste gibt mir mehr holz wir werden das auch auf stufe drei beziehungsweise dürfen essen das werden wir vorher noch aufbauen sagt der eine baut das der andere das dass wir mal nahrungsnachschub auch kriegen da fehlt nur einiges da brauchen wir noch etwas ein holz zwei futter fehlt ok 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 da müssen wir kurz warten so ein futter noch komm 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 holz ok dann bauen wir das auch für futter als habe das war ein fehler heute das kann man das nicht abbrechen scheiße jetzt fehlt mir das holz hier wieder taktisch nicht gut das haben wir jetzt ein bisschen verschießen aber wir können die zeit mal anhalten das übersieht man gerne da unten diese leiste fünf holz brauchen wir noch das dauert noch besser drei holz gut das rennt voll und hier kriegt man eh gleich wieder so ein holz noch komm jetzt aber gib mir das holz gib mir das holz so du nimmst das hier du nimmst das hier und du machst das hier jetzt geht's ja ein bisschen dämlich haben wir es gemacht aber ist ja okay das nimmt jemand das nimmt jemand und wir nehmen das hier für mehr holz das kann man auch weg hier da bemühen sich die zwergerl so jetzt bauen wir das dann kriegen wir mehr essen und danach das holz auf stufe 3 so zeit anhalten das hier kann man nehmen so wo geht der tunnel hin sie gucken gehen der tunnel offensichtlich kommt man hier auch okay so nahrung haben wir genug derzeit wir können das auf stufe 3 das kann man abbauen so lassen wir die mal ein bisschen schneller laufen hier dass was weiter geht das essen lassen wir liegen das holz nehmen wir den truiden hier nehmen wir das wäre auch mal nett aber dazu brauchen wir nur holz das kann jemand nehmen gut das ist jetzt nicht wirklich nötig gewesen aber okay wie komme ich hierhin durch die wolke okay dann das nimmt jemand das kann man bauen so turbo leute das muss weg ich brauche zwar gar kein essen aber es ist im weg sagen wir so wenn man holz also die farm hätte nicht so weit ausbauen müssen da hätten wir uns das holz sparen können ganz ehrlich so laufen wir uns so jetzt können wir die wolken einmal weg 16 gut das können wir machen die wolken auch weg da brauchen wir wieder gold jetzt können wir das essen nehmen jetzt haben wir es nötig jetzt haben wir zu viel holz drückt dann nehmen wir hier einen dritten noch wenn wir schon so viel holz haben wir haben den turbo rein das nimmst du das nimmst du den mal weg hier wo kriege ich gold her hier okay dahinter hier ist eine gold grube ganz wichtig der muss weg hier haben auch gold sehe ich gerade so wir nehmen das hier den geben wir weg das loch kann man machen da ist genug gold so weg mit dem da wir stoppen jetzt wieder die zeit so hier ist futter 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 wir haben gold wir geben den turbo rein das kann jemand das kann jemand da brauchen wir munition so wir wollen und hoffen gold leute so die gold grube bitte jemand machen er muss weg hier definitiv wir kriegen hier was wir kriegen hier was kann man den zweck turbo ist wichtiger der turbo und gold 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 auf jeden fall so wir brauchen gold hier so gold läuft 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 auch schneller gold da rennen sie noch mal schneller so weg mit dir dahinter ist nämlich gold gut da wir nehmen jetzt die geschwindigkeit weil das ist fast wichtig so fünf zehn zehn okay wenn man das hier hier haben wir das gold haben wir die blume weg hier hier ist essen das kann jemand nehmen da kommt das nimmt jemand den kann man weg jetzt fehlt nur mehr diese zwei hier und die blume okay das heißt wir brauchen einen haufen gold wir müssen das hier ausbauen dazu brauchen wir 20 holz hier ist gold ja drei sterne sind nicht drin aber zwei wieder auf jeden fall turbo turbo leute hier ist essen hier ist holz so und das ausbauen dann 5 gold noch 5 gold oder ja insgesamt okay das heißt wir nehmen das hier plus einmal das hier und dann läuft es plus die schuhe dass die gas geben so jetzt aber macht ihn weg kommt da ist noch was das haben wir übersehen aber das sollte dali gehen gleich haben wir das gold und weg ist er unsere zwei sterne haben wir wir machen wieder mal einen cut wenn es euch gefallen hat abonniert mich liked mich schreibt einen kommentar ich würde mich wirklich darüber freuen bis zum nächsten mal euer zocker andy let's play tschüss